also ich glaube hier habt ihr mal den blödesten weiterfahrer der welt guckt euch das mal an ja die schranken sind zugegangen er meinte noch durchfahren zu müssen und jetzt steckt die schanke genau zwischen zwischen suchmaschine und trailer jetzt steigt er aus guckt sich erst mal seine scheiße an die er da gebaut hat naja also wie gesagt naja so ist es halt wenn man wenn man ja ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ohne quatsch leute die schranke die schranke steckt steckt genau zwischen den also wirklich vielleicht gefällt dann teilt mal und verbreitet mal also wie gesagt hat es wirklich naja naja so können halt nur weiter gut sein